Hallo Stadtgärter, dies ist eine Tomatenpflanze. An dieser Tomatenpflanze werdet ihr irgendwann Tomaten ernten, wenn ihr darauf achtet, dass hier Geiztriebe, die wie hier in den Blattachseln sind, entfernt. Allerdings muss dies vorsichtig geschehen, ihr dürft nicht wie hier den Haupttrieb abbrechen, weil ansonsten kommen dort keine Blüten mehr. Wichtig ist beim Entfernen der Geiztriebe, so viel wie möglich davon wegzunehmen, dass man nur noch einen Haupttrieb hat, weil man sonst irgendwann nur noch Laub erntet und keine Tomaten. Worauf ihr auch achten müsst, ist hier die unteren Blätter zu entfernen, vor allem wenn die unterhalb der Tomaten, der ausreifend sind, vor allem wenn die Pflanze älter ist, da die Braunfulde, ein Pils, der am Boden ist, mit dem Spritzwasser an die Blätter der Pflanze kommt, ab August die Pflanze schwer schädigen kann. Deswegen müsst ihr verhindern, dass dort viel Spaß hinein spritzt. Jetzt geht es mit dem blanken Boden. Später muss der Boden unbedingt mit Milch oder etwas anderen abgedeckt werden oder über die Pflanze komplett ein Dach drüber gebaut werden, dass dort kein Spritzwasser entstehen kann und die Pflanze mit dem Pils infiziert. Dann viel Spaß mit dem Tonaten.